Norddeutscher Rundfunk 2021 Bei mir ist das auf einer Bergtür passiert. Als ich von dieser Hütte abgelaufen bin, stoss ich auf einen Mann, der auf dem Wanderweg gelegen ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich in so eine Situation komme. Hallo? Hallo? Hey! Könntest du mich hören? Hallo, ist einfach da! Hallo! Hallo! Ich weiss nicht, was ... Genau so ging es mir an. Was mache ich jetzt? Dabei muss man sofort um 144 gehen. Notruf, 144, Kaufmann. Grüezi, Scheuber ist mein Name. Grüezi, Frau Scheuber. Im Hofwald in Buren ist ein Jogger zusammengebrochen. Er atmet nicht mehr und reagiert auch nicht. Holen Sie mir die Adresse bitte nochmals wieder, damit ich Sie richtig verstanden habe. Ja, in Buren im Hofwald. Ich fahre in die Strasso statt. Und was ist passiert? Er kam zum Jogger, er ist an Boden geholt und nachher hat er sich nicht mehr bewegt und ... Tut er noch atmet? Ich glaube es nicht. Also, dann müssen wir jetzt mit der Reanimation starten. Trauen Sie sich das zu, wenn ich Sie unterstütze? Ich sage Ihnen vorweg, was Sie machen müssen und bleibe noch mit Ihnen am Telefon. Ja ... Die Ambulanz ist bereits unterwegs zu Ihnen. Sie kommt auf dem schnellsten Weg. Okay. Hey. Also es war extrem beruhigend, mit jemandem zu reden, der weiss, wie sich das anfühlt und vor allem auch, was man machen muss. Weil ich bin schnell in eine Situation gekommen, in der ich ein bisschen auf den Hüpern habe. Oder ich habe dem Menschen in die Augen geschaut und gesehen, wie es immer schlechter geht. Und sie hat einen, wir können in diesem Moment genau in Richtung unterstützen. Dreihen Sie die Personen vom Boden flach auf den Rücken. Ja, ist gut. Können Sie noch jemandem rufen, der Ihnen helfen kann? Hallo? Hallo? Ist jemand da? Kann mir jemand helfen, bitte? Ich habe niemand gesehen. Ist immer noch niemand da. Also, machen Sie jetzt den Obenkörper frei. Kleider hoch machen oder wegreissen? Also, ganz nackt? Ganz nackt machen, Obenkörper. Kürzen Sie seitlich nebendran einen Knündeln und legen Sie beide Hände übereinander auf das Brustbein. Brustbein? In der Mitte des Brustkorbs. Okay. Jetzt drücken Sie mit gestreckten Armen den Brustkorb kräftig und rhythmisch, etwa 100 Mal in die Minute. 5 bis 6 cm tief. 5? 5 bis 6? Ja, Sie müssen ganz fest drücken. Kürzen Sie den Takt laut mitsagen. Jetzt! 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 Sehr gut. Drücken Sie ohne Pause immer weiter. Ich bleibe mit Ihnen am Telefon. Jetzt! Jetzt! Der Rettungsdienst ist unterwegs zu Ihnen. Jetzt! 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 Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man 15 Minuten lang reanimieren kann. Aber in so einer Situation entwickelst du einfach Kräfte, die du gar nicht gewusst hast, dass du diese hast. Yes! 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 Hallo, kann ich helfen? Sagen Sie ihm, bei der Post, beim Gemeinshaus, hat es ein Devibrillator? Ja! Bei der Post! Bei der Post! Bei der Post! Super! Yes! 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 Jede Minute, die mits reanimiert wird, sinkt die Überlebenschancen um 10% vom Patienten. Also wenn wir einen Anfahrtsweg von 10 Minuten haben und es ist keine Torackskompression gemacht worden, sind die Überlebenschancen sehr gering. Ohne die Massnahmen von Ersthelfer und Ersthelferinnen kommen wir meistens zu spät. Ersthelfer sind entscheidend für das Überleben für einen Patienten. Yes! Yes! Der Devi ist da! Wie heisst der Helfer? Ich heisse Wim. Also Wim, das Gerät wird dir genau sagen, was du machen musst. Frau Schäuber! Ja! Dem Anlegen vom Devi darf die Herzdruckmassage nicht unterbrochen werden. Okay! Wim, zuerst das Gerät einschalten. Und mach nachher genau das, was der Devi dir sagt. Ja, ist gut! Yes! Gerät ok. Elektrodenpackung entfernen. Elektrodenpackung öffnen. Kabel einstecken. Defi-Elektroden auf entblößte Patientenbrust kleben. Patient nicht berühren. Analyse läuft. Schock empfohlen. Patient nicht berühren. Blinkende Schocktaste drücken. Okay, ist gut. Schock abgegeben. Mit Wiederbelebung beginnen. Yes! 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 Ja, es fährt extrem. Ich meine ... ... ist in einer Situation, in der es wirklich um Leben und Tod geht. Und dass du nachher die Verantwortung an professionellen Leuten abgeben kannst, befreit einen so richtig. Und im Nachhinein denkst du einfach nur ... ... jetzt hast du etwas Gutes gemacht und es gibt einem auch ein gutes Gefühl. 20, 26, 27, 28, 28, 28 ... Gut dann ist, du musst in so einer Situation nur an etwas denken. Sofort den Notruf wählen. Und ab da leiten wir dich an. Falls du lieber auf einen Ernstfall vorbereitet sein möchtest, dann mach einen Reanimationskurs. Oder einen BLS-ID-Kurs. Das ist das Gleiche. Mit diesem Training kannst du nicht nur routinierter helfen, sondern du lernst, euch selber besser mit so einer Situation umzugehen. Schau bei der Wahl des Kursanbieters auf das Gütesiegel des Swiss Resuscitation Council. Die vom SRC berieften Kursanbieter findest du unter www.resuscitation.ch